Hallo und recht herzlich willkommen hier in PlayerUnknown's Battleground. Mit dabei sind nach wie vor der Actiduck, die Miss Actiduck und der Werner. Und? Wir hauen uns in die Stadt. In die Stadt? Selbstmordkommando. Da hin oder was? Okay. In die Stadt am See. Geronimo. Wo gehen wir denn ganz genau hin? In die Stadt rein. Oder? Amran? Da sind noch andere Spieler. Mehr als noch andere. Dann sollten wir weiter hinten die Häuser nehmen. Welche? Mach mal einen Wegpunkt. Wie ist er? Da hin? Okay, wir sind... Jetzt ist es bei mir nicht mehr aus. Ja, wir sind extrem verstreut gerade. Ja, ich versuche in der Nähe zu bleiben. Extrem verstreut. Ich komme zu dir, Werner. Okay. Ach du Schande. Bei den Häusern da vorne an der Straße sind welche runtergegangen. Ja, ich muss jetzt vom Dach springen. Hopp. Hörschritte überall. Oh nein, du bist das, Sepp. Ich bin hier. Waaat. Alter. Ich habe doch gesagt, dass ich zu dir komme. Ja, ich habe aber nicht geglaubt, dass du so schnell da bist. Ich war ja direkt sozusagen hinter dir. Ich habe die Pistole gefunden. Eine Pistole gefunden. Wo seid ihr, wo seid ihr, wo seid ihr? Rucksack. Nehmt ab Zeug. Was geht? Black. Helm, vor dir. Der 16 mit Moony. Ist jemand bei mir? Nein. Ich glaube ich, oder? Helm liegt da auch noch, Werner. Laut Karte schaut das so aus. Und den Griff. Ach ja, gut, das bist du. Ach Gott. Oh jahle. Wär es schon erledigt gewesen. Lol. Ich bin einfach reingelaufen. Ja. So. Okay. Dann das nächste Haus hier unten runter. Schauen wir, dass wir zu den anderen kommen, oder? Ja, oder so. Dann hinten rum. Geh mal hin. Ne, weg da. Vorsicht, tschüsse draußen. Das ist wieder das Suizidkommando. Yeah. Nur ein halbes. Ja, hier rechts, da vorne sind welche runtergegangen. Gehen wir in das blaue Haus rein? Ja, gehen wir gleich in das blaue hier. Ich würde auch sagen. Draußen läuft wer. Mach zu. Mach die Scheißtür zu. Oh, Rucksack. Dankeschön. Ich weiß aber nicht, woran er hingegangen ist, gell? Okay? Ja, ja. So. Oh. Die geht richtig zur Sache. anlaufkarre und ich gehe nach oben ich bin gerade um ich gucke nach sanitätstasche und hat es so alles durch unten hatte ich alles durch und hier ist jetzt eigentlich auch alles durch in den schuppen hat ich noch nicht geguckt die sind noch eine 9 mm pistole macht zu ja die sind da draußen gleich ja diese müssen ganz in der nähe sein in den bunker oben rein würde ich auch sagen langsam anschleichen vermute farmhaus unten ist nichts drin war sie schon in beiden blauen gebäuden nein das war nur in dem hintersten hier stufe 2 ich gehe treppe hoch ich gehe zu hause und taro ok ich bin gegenüber von euch gas kann ist der gas kann ist da so jetzt habe ich wissen akm sehr schön viel wert mal viel wert ja ich habe nur eine weg da hier liegt ein rucksack stufe 1 habe ich schon ich komme rein wir müssen lachen ach du scheiße unbedingt bein in die hand nehmen und bloß meine meine herren ja wir haben einen verdammt lang weg nach gott ok jetzt kriege ich diesen verfickten kleinen zahn nicht übersprungen ich bin fertig ich bin fertig hier vorne steht ein quad für die nachzügler ich bin da neben der straße ich komme nicht über den zauern doch jetzt wie gut dass wir gesagt haben für die nachzügler ich habe gerade vorhin in dem startling ist meine hose ausgezogen jetzt habe ich keine hose mehr an lol sepp hat sich nur gedacht wenn er jetzt beim fahren stirbt ja bisschen frischluft muss man muss man wenigstens ein bisschen weniger kühlen wer na ja lass dabei habe ich gerade ein pfeffer super gefunden ok lassen ich bin sepp fahren das überlebst du nicht war ich mir klar hehehe au 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 ok 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 sepp weiß gar nicht von wo aus sie schießen ich habe auch kein blassen donster aber ich schätze mal irgendwo aus der hütte aus weiß nix bist du ganz tot nee ich bin nicht ganz tot aber ich stecke zwischen buggy und bleibt blanke fest ich hole dich nicht mehr hoch von wo aus denn ich habe kein blassen dunst ich verstecke mich in der leitplanke du bist ja auch schon tot ah da kommt einer von wo aus kommt er denn Richtung süden Richtung süden bei den heuballen bei bei da hat mich ganz tot gewusst das sind hinter euch das sind weit hinter euch das sind noch bei der stadt ok wo bist denn du ach da im gebürsch liegt er versuchen ausfindig zu machen ich will ja rache ich stecke zwischen buggy und leitplanke fest jawohl da läuft er bei den heubeinen ist ja noch zwischen den vor den roten kachelhäusern ja ja der läuft immer zwischen den heubeinen hin und her wow ja bei dir sieht es auch nicht gerade besonders gut aus und ich bin tot der kann gut schießen ja hey klar lauf mal weiter ich muss mich pushen er pusht dich bin da ja ja der hat ein gutes schuss aiming gehabt so ja und warte lass mal schnell reinhauen hopp hopp und vorwärts lauft die line kommt schon hoffen wir mal dass man fahrzeug unterwegs aufgabeln können mhm oh sonst wird das ein aber ich bin selbst ein idiot wieso steige ich in den buggy ein ja naja in der hitze des gefechts passiert sowas schon mal ja ja oh jetzt kann ich einsteigen doch eigentlich schon ne hm hm ja 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 bestimmt da schön stehen dass damit er uns alle weg äh nachzutzen kann ne wahrscheinlich wahrscheinlich ja ich komm dann gleich hoch ja 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 das ist ein frauchen bis 10 nach 8 genau na irgendwas ist gerade deswegen aber ich hab das jetzt mit den ganzen geräuschen nicht verstanden ja 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 doof gelaufen sind wahrscheinlich kam der quatsch zu den häusern als wir da lang gelaufen sind ne Ja, höchstwahrscheinlich. Keine Angst, ich fahre. Ich weiß ja. Ich verlaue dir mein Leben an. Aber ihr habt's ja schon geschafft. Wow, wow, wow. Ich höre ein Auto. Hinter euch Motorrad. Und da schießt einer auf euch. Hinter euch irgendwo. Ah, da kommt er. Wo war das? Ich bin tot. Da sind mehr wie zwei. Ja. Du bist ein Wichsler. Von der linken Seite wahrscheinlich. Der eine um... Funkiert dich jetzt ja wahrscheinlich. Ja. Funkiert dich wahrscheinlich von der linken Seite aus. Ich bin tot. Der Kacka. Oh! Aha. Bei dir. Pfeil dir ein paar Schuss. So ein Mist. Wisch. Ein Maul. Sks. Darf ich verschritten? Ja. Da kommen sie. Zwei Stück. Die looten die Karo, wahrscheinlich dort. Seine Tür hab ich angesehen. Aha, da hat die Tür zugemacht. Und der ist gerade beschäftigt. 1,20. Hast du nix mehr zum Heilen? Nein. Scheiße. Die liefern sich noch ein Gefecht mit anderen Spielern, wa? Nein, die wollen einem Angst machen. Die schießen auf irgendwas. War der gerade dann zu? Ja. Nein. Die Stiefel genommen. Das waren die Stiefel. Die Line wandert wieder. Da hat er gerade ein Auto gehört? Ja. Aha. Straße da. Oh, wunderschöss. Oh, schade. Ich dachte, ich mach das. Da ist noch einer. Nein. Bist du der, war das laggy. Oh, ja. Das hab ich jetzt auch gesehen. Oh, Gott. Oh, was war das? Oh, was war das? Ich rösch... Ich rösch... ...dann, ey, gell. Wund, ne? Da liegt der Hullerbissier. Ja. Glaubst du, ist jemand im Haus? Ja, was? Fahrzeug. Fahrzeug. Bei wem sind die Geräusche, bitte? Bei mir nicht. Das war bei mir gerade. Ach. Wundschopfen. Fahrzeug. Fahrzeug. called. Vielen Dank. Komm, 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 komm. Wo willst du hier? Okay. Ja. Fahrzeug. Beim Auto. Er riefs am Auto. Ja. Der war beim Haufen. Aus dem Haus auch einer. Aus dem Haus kommt gerade einer raus. Ja. Links vom Fahrzeug auch einer. Da. Zweier Team. Oh, die liegen alle beide. Hey, der beim Fahrzeug kickt noch nicht. Ja, aber einer ist wenigstens tot davon. Ja. Da ist noch einer. Ja. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Sowieso nicht. Nö. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Ja. Alle ist in der Tür. Aha. Der ist beim Auto wieder. Der ist beim Auto wieder. Walam. Ich sp Patriague fix. Drei stabil. Der zweite kommt auch. Der Bauer für den soldat. Cyrague lecker. Johnny Söner impulse. Ich dachte, vielleicht kannst du den einen looten. Ach du Scheiße, was ist das für ein Bug? Deswegen sind sie abgehauen. Bei mir schweben die Häuser. Ach gut. Ich habe gerade ein Foto gemacht. Ui. Bein ist da. Ja, super. Ich hatte eine Sanitätstasche, der könnte erst voll werden. Die Leine ist schon über dir, oder? Ja. Ich weiß. Okay. Wie viele hatte der? Ich glaube, die holst du nimmer mehr. Nein. Das war bei Energy, oder? Selbst mit Energy, glaube ich, schafft das nicht. Easy, Jungs. Easy. Meinst du, kriegst du noch hin? Du hast jetzt, glaube ich, ein bisschen zu viel Zeit verschwendet. Easy. Hast du noch eine Sanitätstasche drin gefunden, oder was? Nein. Du hast nur einen ersten Hilfe-Koffer? Ja. Okay. Würde ich den bald nehmen, wegen der Sekunden. Ja, ja. Oh, ich habe ihn liegen lassen, ich Idiot. Doch nicht mehr easy. Ach ja. Ach, du Schande. So. Ich fürchte mich. Aber vielleicht. Mhm. Komm, 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 komm. So lange war ich, dass niemand drinnen. Dann kann ich gleich weiter rennen. Bleibt ja in der Lane. Dann kann ich gleich weiter rennen. Ja, das Schmerzwertel halt ein bisschen hoch, ne? Ja. Ja, aber in 30 Sekunden rennt du schon wieder weiter. Tschüss. Kannst einfach weiterlaufen. Das habe ich jetzt auch im Endeffekt vorgehabt. Weil die nächste Lane überlebe ich nicht, weil mehr habe ich nicht. Okay. Aber du bist noch drin. Unfassbar. Ja, aber in 10 Sekunden kommt es wieder. Voll die Motivation, Werner. Nein, nein, das ist mir klar, dass ich es nicht überlebe. Ich habe leider den Scheiß-Koffer liegen lassen. Achso, der hat noch einen Erste-Hilfe-Koffer gehabt. Ja, ich habe die leider nicht mitgenommen, wie es aussieht. Ja, schade. Schade. Aber du bist so, Caro, so lange vor, glaube ich, bis jetzt da keiner in der Lane. Nö. Also außerhalb der Lane. Ja. Wenn ich sage, das ist easy, dann ist das easy. Gerade so. Gerade so. Da ist eine Stadt. Das ist mir gerade wurscht, was da ist. Ja, ich habe nichts gesagt. Weil ich sowieso nicht reinkommen werde. Nein, du bist schon fast da. Ja. Ja, aber die macht jetzt richtig Schaden, die nächste Verkleinerung, ne? Ja. Aber ich heile mich immer noch. Aber seine Mittel heilen noch, ja. Achso. Außerdem. Oh mein Gott. Oh, er schafft es noch. Er schafft es. Easy. Alter, krass. Schau, ob du da irgendwo was findest, schnell. Aber nimm die Waffe in die Hand, ne? Das Problem ist, da ist offen. Hier nicht. Oh ja, da war auch schon... Da war auch schon jemand. Das ist... Oh, da lag... Oh, habe ich noch nicht gesehen. Gleiche. Ah? War noch ein Medica. Oh! Oh, der mich erschrocken. So, meine Herren. Schön, Spaß. Ja. Dankeschön fürs Einschalten.